Die Schlacht bei Dürnstein war eine Schlacht des dritten Koalitionskrieges der Napoleonischen Kriege. Sie fand am 11. November 1805 in Leubens statt, nach der Schlacht von Ulm. Nach der Schlacht von Ulm marschierte der Großteil der französischen Truppen südlich der Donau in Richtung Wien. Sie wollten die alliierten Truppen vor deren Eintreffen in Wien und vor der Vereinigung mit der 2. und 3. russischen Armee zur Schlacht stellen. Einige Chors sicherten den Vormarsch gegen die Italienarmee. Das neu aufgestellte Chormortier sollte die linke Flanke decken. Als General Mack am 17. Oktober 1805 in Ulm kapitulierte, bedeutete dies praktisch das Ende der österreichischen Armee in Deutschland. Nur wenige Truppen konnten entkommen. Franz Jellessi konnte sich mit seinem Chor nach Vorarlberg zurückziehen. Erzherzog Ferdinand Karl rückte mit 12 Eskadronen Kavallerie nach Böhmen ab. Feldmarschall-Leutnant Kienmeier zog sich mit seinem Chor über München in das Innviertel zurück, um sich dort mit den Russen zu vereinigen. Die 1. russische Armee unter General Mikhail Ilarionovich Kutiuso erreichte vom 12. bis 22. Oktober Braunau. Zu ihren 46.000 Mann kam noch das zurückweichende Chor Kienmeier. Da ein Angriff nicht möglich und die Stellung am Inn nicht haltbar war, begann am 25. Oktober der Rückzug. Am 4. November wurde auch die Endlinie aufgegeben. Am 5. November fand ein erfolgreiches Rückzugsgefecht in Amstetten statt. Am 7. trafen die Russen in Sankt Pölten ein. Am 9. überschritt Kutiuso die Steinerbrücke, die sofort danach zerstört wurde. An ein Halten des Brückenkopfes in Mautern war nicht zu denken. Das Chor Mortier. Am 6. November wurde Marschall Mortier Kommandant des nach ihm benannten Chor. Dieses bestand aus, Division Gazan, Division Dupont, Division Dumuonso, Dragona Division Klein, Donauflotilie von 14 Schiffen unter dem Kommando von Fregattenkapitän Lost Ange. Die Division Gazan befand sich in diesem Zeitpunkt in Urfa, wo sie die Linzer Donaubrücke überschritten hatte. Die Division Dupont und die Division Dumuonso befanden sich in Passau. Die Dragona Division operierte unabhängig von dem Chor. Am 9. November stand der Großteil der Division Gazans in Marbach an der Donau. Die Dragona Division Klein schwenkte nach Norden in Richtung Zwettel. Nur ein Regiment unter Oberst Wattier verblieb unter Mortiers Kommando. Die Divisionen Dupont und Dumuonso folgten im Abstand von ungefähr einem Tag. Mortier, der mit Gazan vorrückte, erfuhr noch am 9. November vom russischen Donauübergang. Zur Beschleunigung des Vormarsches wurde am 10. November die Artillerie und Teile der Mannschaft auf Schiffe verladen und bis Spitz an der Donau gebracht. Die Division Gazan erreichte am Abend des 10. Weißenkirchen. Die Vorhut unter General Greindogge erreichte Dürnstein und traf dort auf Russen. In der Annahme es handele sich nur um deren Nachhut beschloss Mortier den Angriff ohne auf die anderen Divisionen zu warten. Topografie Das Donautal zwischen Linz und Krems ist durch enge Täler geprägt. Insbesondere die Wachaut zwischen Melk und Krems ist ein enges Durchbruchtal. Das Schlachtfeld liegt in einem Teilkessel begrenzt von zwei engen Stellen bei Dürnstein und Rotenhof. Es ist umgeben von steil Abfall in den Bergen auf der einen und der Donau auf der anderen Seite. 1805 führte die Straße von Dürnstein in der Mitte des Tales ohne die beiden Läubeln zu berühren. Das Tal war mit Weingärten bepflanzt. Diese waren mit Steinmauern umsäumt, die für Fuhrwerke und Artillerie ein Hindernis darstellten. Die Wege waren bereits vereist. Vorabend der Schlacht Die französische Vorhut erreichte Dürnstein am Mittag des 10. November. Es gelang ihr, die hier stehenden russischen Vorposten bis nach Stein an der Donau zu vertreiben. Sie nahmen Fürthof ein und konnten auf den Weingärten oberhalb von Steinposten beziehen. Nach einem Gegenangriff mussten sie sich jedoch bis Rotenhof zurückziehen. Doch war die ganze Läubner-Ebene in ihrer Hand. Die Truppen lagerten in Oberläuben von der Donau bis zum Höhe Reckerberg. Eine Reserve nächtigte beim Wartstein. Mordtierbezog in Dürnstein Quartier, wo sich auch ein Lazarett befand. Vorhuten lagen am Pfaffenberg und in Rotenhof. Die nachrückende Division Dupont stand in Marbach an der Donau. Die Division Dümunkau knapp dahinter. Am 6. November stieß Feldmarschall-Leutnant von Schmidt als Vertrauter des Kaisers Franz II. zum Stab des General Kutiusso. Der bereits in Pension befindliche Schmidt wurde nach der Katastrophe von Ulm aus der Pension zurückgerufen. Nach den Vorgefechten des 10. November hielt Kutiusso am Abend einen Kriegsrat ab, dem neben der russischen Generalität den österreichischen Generalen Schmidt, Hohenruhe und Nostitz auch der Kremser Kreishauptmann Stibar wegen seiner Ortskenntnis beiwohnte. Auf Vorschlag Schmitz wurde beschlossen, die Division Gazan durch einen frontalen Angriff in der Ebene von Leuben zu fesseln und ihr gleichzeitig durch eine Umgehung über Scheibenhof den Rückzug und die Verbindung zu den nachrückenden Divisionen abzuschneiden. Schlachtplan General Miloradovic sollte mit 6 Bataillonen, 2 Eskadronen und 4 Geschützen von Stein aus in Richtung Leuben angreifen und so den Feind in der Ebene binden. General Dochtdorov sollte mit 16 Bataillonen, 2 Eskadronen und 2 Geschützen nach Mitternacht in Krems aufbrechen und über Egelzee nach Scheibenhof marschieren. Von dort sollte eine Kolonne auf Dürnstein und eine zweite nach Weißenkirchen marschieren. Brigade Generalstreik sollte mit 5 Bataillonen bis Egelzee marschieren und von dort den Franzosen in die Flanke zu fallen. Brigade General Bagration sollte mit 11 Bataillonen und 20 Eskadronen die Straße nach Zwettel beobachten. General Essen verblieb mit 7 Bataillonen und 11 Eskadronen als Reserve in Stein. Die zwischen Krems und Stein postierte Artillerie war gegen die Flottilie einzusetzen. Feldmarschall-Leutnant Schmidt begleitete die Kolonne Dochtdorov. Schlachtverlauf Um 7,00 Uhr trat Miloradovic zum Angriff in Richtung Rotenhof an. Da in Rotenhof und unter Leuben nur schwache Vorposten standen, kamen seine Truppen schnell voran. Der linke Flügel erreichte um 8,00 Uhr unter Leuben, wo vier Kanonen postiert wurden. Der rechte Flügel kam durch die Weingärten langsamer voran. Außerdem hatten sich die Franzosen am Leubenberg verschanzt und konnten diesen halten. Es gelang den Alliierten jedoch Oberleuben zu nehmen. Um 11,00 Uhr startete Mortier den Gegenangriff mit allen verfügbaren Kräften außer einer kleinen Reserve in Dornstein. Rasch wurden Ober- und Unterleuben genommen. Die Stellung der Alliierten unterhalb des Leubenbergs konnte sich zwar länger halten, doch musste auch sie sich zurückziehen. Die Franzosen standen eine Stunde später in Vörthof vor den Torensteins und begannen in den Weinbergen oberhalb der Stadt Stellung zu beziehen. Sie wurden jedoch von Streik, der hinter dem Zeitplan zurück war, zurückgedrängt. Um 13,00 Uhr begann ein neuerlicher Vorstoß der Alliierten. Gegen 16,00 Uhr standen die Franzosen auf der Linie Höhereckberg-Donau. Die Kolonne Dochtdorov marschierte unter der Führung des ortskundigen Jägers Andreas Bayern nach Egelssee, wo sie erst gegen 5 Uhr ankamen, da die Wege zu schmal waren. Für den Weitermarsch teilten sie sich in drei Kolonnen, der Abmarsch verzögerte sich jedoch. General Gerhard marschierte um ca. 8,00 Uhr nach Scheibenhof ab. Nach Lageerkundigungen und einigen Scharmützeln konnte er Miloradovic erst um 15,00 Uhr beim Angriff durch eine Attacke auf die französische Flanke unterstützen. Dochtdorov marschierte um 10,00 Uhr über Scheibenhof und das Pfaffental zur Donau bei Wartstein. Um 15,30 Uhr wandte sich die Kolonne in Richtung Dürnstein, das genommen wurde. Die Hauptgruppe wurde durch Kämpfe mit der Division Dupont gebunden. Die Gruppe Schmidt marschierte ungefähr zeitgleich mit Dochtdorov über das Rennerkreuz nach Esch. In Folge der fortgeschrittenen Stunde erfolgte ein Abstieg durch den Heudürgraben, wo man gegen 17,00 Uhr zwischen die Fronten gelangte. Die hereinbrechende Dunkelheit verstärkte die Verwirrung noch, was schwere Verluste forderte. Auch Schmidt fiel. Um 19,00 Uhr zogen sich die Franzosen nach Weißenkirchen zurück. Dort bezogen sie bei der Riedachleiten Stellung. In seiner Stellung am Höhereckberg hoffte um 16,00 Uhr Mortier auf die Verstärkung durch die Division Dupont. Nach der Einnahme Dürnsteins durch die Alliierten war ihm der Rückzug abgeschnitten. Ein Gegenschlag schlug fehl. Als Mortier von der Bedrohung durch General Gerhard vom Neudeck erfuhr, drohte die Einkesselung. Als einziger Ausweg blieb ein Rückzug über die Donau mit der zwischen Dürnstein und Oberleuben liegenden Donauflottilie. General Gazan konnte mit einem kleinen Teil der Kavalerie, nachdem er bis zuletzt die Stellung auf dem Höhereckberg gehalten hatte, im Schutze der Dunkelheit über die von den Russen unbesetzt gelassene Schlossruine nach Scheibenhof und von dort nach Spitz entkommen. Eine größere Gruppe von Franzosen musste die Waffen strecken. Verluste, besonders hohen Blutzoll forderte die Schlacht von der Division Gazan. Von ihren 6000 Mann konnten nur 1000 Mann auf das rechte Donauufer entkommen. Circa 900 Mann gerieten in Gefangenschaft. Somit dürften 4000 Mann gefallen sein. Die französischen Verluste am Wartstein waren geringer. Sie werden mit 21 Toten und 85 Verwundeten angegeben. Allerdings dürften die Franzosen bemüht gewesen sein, die Verlustzahlen geringer darzustellen, als sie tatsächlich waren, um die Moral der Truppe nicht zu gefährden. Noch ungenauer waren die russischen Verlustangaben. Ihr Gesamtverlust kann mit 4000 Mann angenommen werden, davon 1500 Verwundete. Schwere Verluste erlitten die betroffenen Ortschaften, besonders Ober- und Unterleuben, aber auch Dürnstein, Stein und Krems. Die beiden Läuben wurden von Franzosen, vor allem aber von den Russen geplündert. Krems und Stein mussten die Last der Einquartierungen und die Unterbringung der Verwundeten tragen. Beurteilung des Gefechtes und Auswirkungen auf den Feldzug. Nachdem er in der Nacht nach der Schlacht zur Division Dupont in Weißenkirchen gestoßen war, setzte Mortier am 12. November bei Spitz über die Donau und bezog in Oberarnsdorfquartier. Als Napoleon in Sankt Pölten die Nachricht von der Schlacht erhielt, unterbrach er den Vormarsch auf Wien, bis er Klarheit über die Lage hatte. Die Divisionen Gazan und Dupont wurden am 18. November nach Wien verlegt. Die Division Dupont sollte die Wach aussichern. Das Gourm-Mortier bestand noch bis Anfang Dezember. Am 9. Dezember übernahm Mortiers in der Nachfolge Lannes das V. Khor bis zu dessen Auflösung. Kutjusso konnte nach dem Gefecht seinen von wochenlangen Märschen übermüdeten Truppen am 12. November einen Ruhetag gönnen. An einhalten der Stellung war jedoch nicht zu denken. In Zettel stand die französische Division Klein, Tulln und die Donauinsel Trübensee waren in französischer Hand. Am 13. November brach die Armee daher in Richtung Zettnheim auf. Auch wenn das Bülten der großen Armee vom 12. und 14. November 1805 von einem französischen Sieg sprach, wurde bald auch in französischen Darstellungen von einer Niederlage Mortiers gesprochen. Auch wenn die Niederlage von Dürnstein für Napoleon keine dauernden Nachteile mit sich brachte, so zeigen doch die ausgegebenen Bültenz, dass man mit allen Mitteln versuchte, die Niederlage zu verschleiern. Am 14. November ordnete Napoleon an, die besonders schwer verwundeten Russen von Krems nach Wien zu bringen, um die Stadt von der schweren russischen Niederlage zu überzeugen. General Kutiuso wurde am 14. November 1805 mit dem Großkreuz des Militär Maria Theresien Ordens ausgezeichnet. General Ghazan erhielt das Großkreuz der Ehrenlegion. Nachwirkungen Trivia Noch heute lebt in der Wachau die Erinnerung an das blutige Gefecht weiter. An zahlreichen Häusern in Unterleuben sind eingemauerte Kanonenkugeln zu sehen. An der Kirche Sankt Quirin befindet sich eine Gedenktafel. Weiters erinnern eine Reihe von Namen von Örtlichkeiten an die Kriegsereignisse. Dem gefallenen Feldmarschallleutnant Heinrich von Schmidt, dessen Grabstätte niemals gefunden worden ist, wurde im Jahr 1811 im Kremser Stadtpark ein Denkmal errichtet. Dem Kreishauptmann Freiherrn von Stibar wurde im Hof der Kremser Bezirkshauptmannschaft ein Denkmal errichtet. Im Kremser Weinstadtmuseum finden sich einige Fundstücke der Schlacht. Auf dem Schlachtfeld wurde ein Denkmal nach dem Entwurf von Baurat Friedrich Schachner aus Wien aufgestellt. Es wurde auf dem äußersten Vorsprung des Höherekberges der letzten Stellung von General Ghazan errichtet. Im Unterbau befindet sich eine Kapelle und ein Osarium. Im Oberteil, der die Form einer Patrone hat, sind Mortier, Kutiusus, Schmidt und der Jägerbayer in Reliefs dargestellt. In Schriften in deutscher, französischer und russischer Sprache erinnern an die Kämpfe. Am 27. Juni 1905 wurde es eröffnet. In Dürnstein findet sich eine Inschrift für den Jägerbayer und für die Divisionen Ghazan und Dupont. Am Arc de Triomphe in Paris ist Dürnstein als französischer Sieg verzeichnet. In Tolstois Roman »Krieg und Frieden« sind die Ereignisse von Dürnstein in die Erzählung über den Feldzug von 1805 einbezogen. Zahlreiche Sagen in der Wachau befassen sich mit den Geschehnissen der Napoleonischen Kriege und der Schlacht von Dürnstein. So Z. B. Die Franzosen nehmen Rache. Keine Quelle konnte so mehr, dass die Donau erst durch die französischen Uniformen blau gefärbt wurde, gefunden werden.